Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level per Day. 1 Level per Day. The second 1 Level per Day war heute morgen um 5 Uhr. Auf und ab heißt das Level heute von Miroslav. 49 haben es versucht, 3 haben es geschafft. 1,60 Abschlussrate. Heißt, das wird mal eine längere Folge. Ich freue mich. Ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wie gehen wir in das Level rein? Kurz rechnen. Nebensätig. 52, 53, so 52, 53. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe Hammerbrüder. Ich sehe Hammerbrüder, ich sehe Hammerbrüder. Es fängt gleich episch an. Da ist ein Pfeil nach oben. Entweder ist es jetzt ein Trollpfeil oder es ist ein normaler menschlicher Pfeil. Das Leben bekommt man locker. Jetzt ist die Frage, will man da runter, will man hier durch, man will da hoch. Man will da hoch, man will hier oben lang. Man sollte also wirklich den Pfeilen vertrauen. Oh, verdammt. Ja, genau. Immer her mit dem Hammerbruder. Jetzt müssen wir nur warten, bis er springt. Wie ich das jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Ich habe es gemacht und ich bin gerade richtig stolz auf mich. Ich bin really fucking awesome proud of me. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, muss ich durch die Tür? Oh nein. Welche Tür ist die richtige Tür? Jetzt geht das schon wieder los. Ich nehme mal die letzte. Scheint eine richtige Entscheidung gewesen zu sein. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch niesen. Und wir werden belohnt. Wir werden belohnt. Oder ich werde belohnt, wie auch immer. Nee, wir. Wir, komm. Wir spielen das hier gerade durch. Oh, verdammt. Kommt ein Schraubenschlüssel. Okay, jetzt heißt es schnell reagieren. So, jetzt gehen wir hier hoch. Oh nein. Wieder so ein Fehler. Leute. Leute. Das ist echt. Leute, auf sowas müsst ihr aufpassen. Ich weiß, ihr meint es immer gut. Aber nicht schon wieder. Ich komme da nicht mehr raus. Das wisst ihr. Und hier ist auch nichts, was mich töten kann. Ah, das hatte ich gerade erst letztens in einem Level. Und jetzt passiert es schon wieder. Soweit alles super. Genau, passender Schwierigkeitsgrad. Passt. Wow. Wow. Okay, okay. Hier durch. Puh. Okay, jetzt möchte ich aber nochmal zu der gleichen Stelle hin. Nein. Ich wollte nicht durch die Tür. Ah, verdammt. Das war eine Trolltür. Sagen wir es mal so. Eine Trolltür ist in Ordnung. Es ist auch reichlich am Anfang. Sagen wir es mal so. So. Probieren wir es nochmal. Und nicht zu schnell. Geduld haben. Und runter. So. 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 Jetzt nicht nach unten drücken. Nicht nach unten. Äh, nach oben drücken. Wir wollten da die Blume haben. Ich warte. Ich habe Zeit. Die Geduld kann ich mir nehmen. Die Geduld. Ich habe Geduld. Die Zeit kann ich mir nehmen. Die Geduld kann ich mir nehmen. Ah, komm. Es ist jetzt nicht so schwer. Es ist jetzt nicht unschaffbar oder sowas, ne? So. So. Schuss und ein Treffer so Och, komm So Das wäre mein Glück als Verstand Ich wäre so oder so klein geworden Wie ich das geschafft habe, keine Ahnung Aber ich habe es überlebt Ja Ach man Ich mag nicht Nein Nein Oh Verdammt Ach man Das war so gut Es ist ja jetzt ein Wils Okay Sieben Minuten habe ich noch Sieben Minuten habe ich noch Springhammer, Bruder Spring So, jetzt laufen wir mal hier unten lang Und gehen hier durch die Tür Hab gelernt So So Okay, also Ja 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 Genau Oh nein Okay Und Jetzt laufen No, 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 no Musste sein. So, jetzt stellt sich dem... Oh. Ich jammer wie ein Mädchen. Ich weiß. Es ist halt ärgerlich. Spring. Ja, Moment. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Da muss ich also so oder so durch die Tür. So. Wunderbar. Okay. Und. Jetzt. Hier. Okay, jetzt gehen wir hier mal runter. Ich will hoch. Da ist man... Das ist ja echt... Da verliert man die Konzentration. So. Gut. Jetzt wollen wir mal mit Eifer rangehen. Mario steht auf Hämmerchen im Hinterchen. Schnell durch. Schnell durch da, hier durch, hier runter warten, bis der Hämmerbruder geworfen hat. Können eigentlich Hämmerbrüder schwanger werden? Wenn er wirft? Wenn er wirft? Eine ganz normale Alltagsfrage, die ich mir... Warum gehe ich jetzt nochmal durch die Tür? Ach ja, stimmt. Weil ich den Hintern auf habe. Meine Güte. Boah, jetzt warte ich, bis die fertig sind. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ah! Ich weiß jetzt nicht, wie ich da skillig so... ...so durchgekommen bin, aber... Hey, es sah gut aus. Jetzt habe ich es nicht so skillig geschafft. Seht ihr? Ganz einfach. Jetzt wieder mit Skill. Nö, nö, nö. Da habe ich jetzt nochmal Zeit. So. Jetzt warten wir hier mal ab, bis die sich da treffen. Und dann gehen wir hier hoch. Ha! Wollt ihr hier elegant... Hey, kein Treffer. So, und jetzt heißt es wieder hier lang. So, und jetzt hier wieder... Ja, nicht erwischen lassen. Ich sollte manchmal vielleicht einfach meine Klappe halten. So, und jetzt warten wir mal ab, bis der hoch geht und dann... Genau. Ah, es war so klar. Meine Stimme sagt mir, ich soll da hoch. Meine Stimme sagt mir, ich soll da hoch. Dein Hände ist angekommen... Komm, 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 komm. Es ist mir egal, ich werde getroffen, aber Yes Ich hoffe, ihr hattet gerne auch so viel Spaß bei einem Level Probiert das selber aus Ab mit der Level-ID in die Videobeschreibung Dort in das Formular Und ich sage, ich bin euer Drohaut rein Sekunde, das Video braucht gerade ein bisschen Geht doch Ich bin euer Drohaut rein Tschö, tschö Übrigens mein Rekord